Also, wo sind meine Mitarbeiter? Amnarum, kommt arbeiten! Ah, da seid ihr ja, hm? Allah! Ich brauche Hilfe! Ah, Bruder, ich brauche Hilfe! Was sag... Ah, hallo? Tamam, Chef, ich komme sofort. Niemand ist stärker als ich. Ich bin Miss Catwoman Amnarum. Nein! Bruder, Bruder, Wallah, ich hab dich beleidigt! Wallah, Bruder, lass mich los! Wallah, ich hab dich beleidigt, Bruder! Wallah, nein! Türkei Urlaub! Ja! Wallah, ich kann heute nicht Türkei Urlaub gehen! Ich helf doch! Ey, komm jetzt sofort zur Arbeit! Wallah, ich bin gefickt! Wallah, Billah sogar! Denkt ihr, ich mache Schwarzarbeit oder was? Kommt doch einfach arbeiten, Mann! Nur die Frage ist halt... Wen juckt's?